Hallo und herzlich willkommen liebe YouTube-Freunde, ich bin's mit euch aus Sonic und es geht weiter mit einer Folge Lays. Wir sind das letzte Mal hier beim Aufzug stehen geblieben und da werden wir jetzt dann gleich einsteigen. Ich werde nochmal kurz den Timer stellen und das habe ich gerade gemacht und somit steigen wir auch schon ein und werden den Hebel betätigen. Es geht abwärts, sehr gut. Das letzte Mal als wir Lift gefahren sind in dem Spiel, war das nicht ganz so toll. Schauen wir mal was jetzt passiert. Aber das schaut ganz gut aus, ich glaube das mal kommen wir auch wirklich sehr gut an ohne irgendwelche Crashes. Ok, wir steigen aus. Ist da auch nicht stecken geblieben und an dieser Stelle wird gespeichert, auch sehr gut. Und da funktioniert schonmal wieder nichts. Ich habe mir jetzt auch gewundert, wenn da irgendwas geht. Wir sind aber voll, ich brauche das jetzt nicht futtern. So in die Ecken sind Sachen versteckt. Da konnte ich mir schon vorstellen, dass ich doch wieder einiges verpasst habe. Aber kommt vor, ich bin wohl nicht der genaueste was das betrifft. Ich weiß selbst, ich schaue zu wenig. Ich denke mir oft. Aber ok. So, da wollen wir noch nicht rein. Wir schauen mal, ob wir mit der Türe was machen können. Die ist aber wieder verschlossen. Was war das? Auch hier geht nichts. Ja, dann schauen wir weiter. Alles sehr, sehr finster. Ich kann mich wieder nicht entscheiden bei den ganzen Wegen wo ich gehe. Ich gehe mal in die dunkelste Ecke. Ich hoffe euch nicht ganz zu finster jetzt da an der Stelle. Ah, diese Geräusche. Gut, in der Ecke hat sich schon mal nichts getan. Dann schauen wir mal in die andere Ecke. Auch hier nichts. Das kann natürlich auch wieder zum Abisprenger sein, so wie ihr mir das anschaut. Ok, das wird wieder zum Springen. Leute, was ist hier los? So. Dann schauen wir mal. Überall wo das Metallgitter so gebogen ist, ist das eigentlich ein Anzeichen, dass man da runter könnte. Machen wir einfach mal. Oh. Ein Problem, da werden wir nicht drüber gehen. Springen wir mal auf das kleine Rohr. Ah, sehr gut. Und dann da und da. Uh, das war fast zu weit. Hier ist halt wieder Schmerzen zugefügt. Auch hier wieder verschlossen. Ok. Hätte ich mir überhaupt nicht erwartet, dass wir da so extrem viel herum springen. So, hier dreht auch wieder Dampf aus. Ich geh jetzt einfach mal aus dem Weg. Baut der ganzen Sache nicht. Was haben wir da? So. Warning. Protektive Equipment required in this area. Ok, keep hands clear. Ok, wissen wir. Also, wir werden hier immer schön gewarnt. Und das stört uns nicht. Wir gehen weiter. Kann man denn da rein? Sehr geil. Wir schauen uns jetzt aber da noch kurz um. Und ich nehme mich an, dass wir dann noch einiges machen können. Genau. Auch schon die Spinnenweben da. Da ist schon lange nicht mehr aufgespürt worden. Aber egal. Dann gehen wir da rein. Und schauen, was uns erwartet mit voller Spannung. Ok. Danger. Da ist wieder alles vergiftet. Und da liegt schon wieder einer herum. Bei denen können wir ja nichts tun. Ah, es nervt. Ich meine, die ganze Zeit da geht jemand neben mir. Wenn man da die Schachteln herumschmeißt. Wir werden auf jeden Fall über die Brücke gehen, damit wir uns nicht wieder irgendwie vergiften, wenn es nicht sein muss. Da ist dann die Treppe zum hochgehen. Wir schauen jetzt aber dann ein bisschen. Ok. Da gibt es nichts Großartiges mehr. Da ist zu. Und ich nehme mich an. Da ist auch zu. Wir können auch nirgends einig rein. Jetzt warten wir noch mal, bis das Licht flackert. Aber auch da glaube ich nichts Großartiges. Und dann schauen wir da rauf. Sehr viele Leichen. Hm. Interessant. Auch hier rührt sich wieder nichts. Restricted Area. Da wollen wir jetzt einmal auf keinen Fall hören und dort jumpen. Was ist eure Meinung zu dem Spiel? Eigentlich hätte mich sehr interessiert die Meinung zu Joe Steiner. Also irgendwer, der das Let's Play von mir gesehen hat. Ich habe sie dann abgebrochen. Also es war wirklich, das tut mir leid, aber das war es nicht mehr wert, dass ich das noch irgendwie weiter zog. Und da würde mich die Meinung von euch voll interessieren. Ok. Gut, wir schauen da rein. Warte. Da ist was gegangen. Uh, mir stürzt die Haare gerade wieder auf. Bei euch ist das vielleicht gar nicht so zog, aber ich habe ziemlich Lautrad. Also auch wenn ich vorher, oder in der letzten Folge eigentlich schon leise draht habe. Ich nehme mir ein kleines Stück auf. Ich tue ein bisschen vorproduzieren. Aber klar war ja rot. Aber es ist immer noch sehr laut. Ok, da ist alles in Ordnung. Und ich finde, ein Horrorspiel muss ja laut sein. Wenn man die Kopfhörer auf hat, denn sonst ist einfach der Effekt gar nicht so geil. Wenn man selbst spielt, dann sollte es meiner Meinung nach laut sein. Ok, ich glaube da sind wir ziemlich sicher, denn hier können wir wieder speichern und das werden wir natürlich auch machen. Das Spiel läuft jetzt ganz gut. Es ist noch gar nicht abgestürzt. Ich bin verwundert, Leute. Ich bin voll verwundert. Sehr, sehr geil. Ok, da gibt es nichts. Dann schauen wir schon weiter. Ich frage mich immer wieder, was denn da so für Viecher herumwandern. Schauen wir da drauf. War klar, dass sich wieder nichts rührt. What the hell? Oh, da geht's einer. Ok. Sehr viel zum Futtern. Au! Oh, oh, oh. Oh, Leute. Warum renne ich da rein? Und natürlich jetzt wohl das Zeug schon, was ich gefuttert habe. Sehr geil. Okay. So, rüber da. Oh, nice. Nice. Lauter. Sehr, sehr geile Wege. Ich finde. Das macht richtig Spaß. Wenn man das da alles so genial, geil erkunden kann. What? Morgen weg. Wow. Wow. Der Weg. Ist weg, oder? Eigentlich wäre es ja interessant, wenn ich mal reinrenne. Aber es wird mir sowieso im Laufe des Spiels passieren. Von dem her möchte ich es jetzt gar nicht selbst herausfordern. Es ist so dunkel. Wie komme ich auf die Seite? Was das Zeug zum Futtern geben hat? Ich weiß momentan gerade gar nicht Leute, wo ich hier renne. Nein! 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 Der hat mich so gesehen. Der hat mich aber so gesehen. Alter! Alter! Na! Na! Nein! Hau! Hau! Nein! Alter! Erstens. Ich habe Gänsehaut bis zum Gettnimmer. Ist das geil. Und zweitens. Habe ich es nicht vorher versprochen, dass mir das passieren wird. Okay. Wir müssen da vorsichtig sein. Wir dann weiter an dieser Stelle. Das ist gut jetzt, dass es nicht ganz so viel zum Nachspielen ist. Jetzt passen wir auch mit der blöden Fallen auf. Beziehungsweise ich brauche das Essenszeug da gar nicht, weil ich eh voll bin. Also gehen wir da jetzt gleich weiter. Verlieren wir keine Zeit mehr. Und schauen jetzt da wieder runter. Und da kann ich auch nicht rüber. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier rennen soll. Ist da so viel? Da drüben ist wieder der Arsch dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also ihr habt ja gesehen. Ich habe ja gar keine Chance. Sondern weil ich mich der entdeckt ist vorbei. Wenn ich mich da nicht verstecken kann. Weil was sie machen. Ich bin ja nicht bewaffnet. Wo ist er? 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 Da ist er. Okay, wir müssen weg. Wir müssen weg. Ich weiß es nur nicht, wohin. Jetzt wird schon wieder so eine Aufgabe von mir, wo ich wieder hunderttausend Mal scheitern werde. Okay. Wo bist du, Anus du? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Bitte nicht jetzt wieder mich entdecken. Das ist ein scheiß Versteck, Freunde. Okay, wir können da weiter. Wir konnten da jetzt runter. Ich weiß nicht wohin. Okay, da wieder. Wahrscheinlich muss ich eh da runter. Weil ich will einfach nichts verpassen, Leute. Ich bin mir eh nicht sicher, ob es überhaupt irgendwas gibt, was wir denn da... Wir rennen gerade im Gras, oder? Ja, sicher. Okay, also es war wahrscheinlich eh die Stelle, wo ich mich hätte sollen. Wir probieren es noch einmal, dass wir da hinkommen. Jetzt gehen wir mal da weiter. Aber ich bin so angespannt. Es hört mir echt leid, wenn ich nicht so viel rede. Ich will ja noch gehen. Kann man denn da rüber? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt versuchen, dass ich da wieder hin komme. Wo war das? Wo war das? Wir gehen jetzt da runter. Unsere sollten da eigentlich sicher sein vor allem jetzt. Okay, wieder lauter Leichen und die giftigen Pilze da. Was auch kein Mensch braucht, wirklich. Irgendwas Wichtiges da hier drin. Okay, da ist ein Leiter, da ist ein Leiter. Vielleicht ist das da herunten auch nur irgendwie zum Verstecken. Ich schaue nochmal da rein. Okay. Okay. Da dürfte er normalerweise nicht herinnen sein. Erstes Rad oder erst in Höhe? Erst in Höhe? Erst in Höhe. Ah, okay. Sehr gut. Sollen wir da jetzt schon runter? Ich kann mich nicht entscheiden. Oder gehen wir da wieder runter und schauen dann weiter. Weil ich schätze einmal, dass ich den Lift jetzt da drüben... Oh. Das wäre mir klar, Leute. Das wäre mir klar. Und schauen wir da jetzt einmal rauf. Okay, das ist jetzt die Seite. Genau. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wie ich da das eigentlich nehme mit dem Eilzeug, das ich da gerade aufgesammelt habe. Weil ich glaube, mit dem kann man healen, oder? Das ist nämlich nicht ganz irre. Okay, da weiß das dann eh schon. Dann muss ich eh dahin, wo der Aufzug gerade... Weil ich den Seilzug runtergelassen habe. Naja... Das bissl ist kein Problem. Und wenn uns er entdeckt, sind wir sowieso tot. Also egal. Soll ich mal solche Horror Games mit... Ähm... 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 Äh... Äh... Kamera... Machen, Leute. Das ist natürlich auch kein Problem. Ich weiß nur nicht, ob meine Emotionen... vom Blick her wirklich so extrem sind, wenn es mich schreckt. Keine Ahnung. Aber wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich kann natürlich auch ruhig einmal mitkämen. Ähm... Weil wir sind einmal gestorben bis jetzt. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, würde ich sagen. Und da gibt es was zum Lesen. Der Tag 352. I don´t feel so well today. I´m sweating and my legs are shaking. Maybe we should spend the night here and get some rest. I´m sure the boy could use it. He barely talks and how could he? His father was murdered in front of his eyes just a few hours ago. We even barely made it out alive, if it wasn´t for Nykos. Und jetzt speichern. Ja... Dann... Geht es weiter? Das Schrecken geht weiter? Die Tür? Hier gibt es nichts. Und dass die Tür natürlich nicht aufgeht. Bei uns auch allen klar. Mein Traum ist ja gar nicht mehr richtig schnell um die Ecken schauen. Okay... Hier ist nichts. Druck haben wir wohl da. Das ist gut. Okay, da können wir rein. Auch hier können wir her. Der hat zwei Wege. Was ist das? Das hört sich ganz komisch an. Also das sind ja nicht nur die Mückenhermer, okay? Gut, Tag 355. This horrible rash on my skin is driving me crazy. And I think I'm made, be showing signs of poisoning. I can barely move my legs. Yet sometimes I feel this violent rush that makes my blood boil. I'm not sure if the boy is safe with me. He should continue on his own. I don't think I'm going to make it anyway. I hope the kid didn't notice, but I started counting up blood today. He's been through enough already, so I really don't want to worry him. If he can reach the laps, he might even be able to get me some help. I just hope he makes it. For his sake and mine. So, es würde da jemand reden, oder? Das sieht sehr appetitlich aus. Sehr appetitlich. Oh je. Oh je. Ich werde jetzt die Türe öffnen. Jetzt probieren wir es nochmal. Okay. Die Türe hat sich schon mal nicht geöffnet. Dann schauen wir weiter. Und schauen was es da so gibt. Hallo, hallo. Da rührt sich wieder mal nichts. Da dann natürlich auch nicht, weil da kann man nämlich schon durchgreifen. Haben wir schon gesehen. Na? Jetzt müsst man natürlich nur durchlassen auch. Sehr gut. Und... Ein Vigilator, der wird wohl sagen, da geht es nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Ja. Dann geht es eben da weiter. Okay, diese Türe brauchen wir nicht probieren. Au! Ach. Ich weiß schon, ich habe in der ersten Folge glaube ich darüber geschimpft, dass ich in den Scheiß nicht rein renne. Und jetzt renne ich die ganze Zeit nicht, weil ich natürlich nicht auf den Boden schaue. Und jedes Mal schreckt es mich so volle Kanne und da ist nichts da. Nichts. Was ich jetzt sagen, wenn nichts da hat, wie geht es dann da jetzt eigentlich weiter? Hm. Jetzt stehe ich gerade am Schlauch. Egal, wir gehen wieder zurück. Und wahrscheinlich wird irgendein Ventilator nicht mehr laufen. Ja, genau. Oh, der Timer geht. Jetzt hören wir aber noch nicht gleich auf. Fast ein bisschen falsches Timing. Denn vorher war es zum Speichern gewesen. Und da haben wir noch ein paar Minuten gehabt, da wollte ich noch nicht abbrechen. Okay. What kind of matters governor's displays? I have seen and heard strange things in my life. But it all pales in comparison. Who was that man or whatever it is. I must be losing my mind. Press any key. Loading. Oh, das war wieder auch ein tolles Erschrecken, wie das jetzt so begonnen hat. Okay. Kriegen wir ein Bild? Was ist hier los? Ich weiß. Wir sehen uns. Amos. Amos. Im! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020